Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge CommandBlockCity hier mal wieder zusammen mit dem Springbrunnen und René natürlich. Hi! Der ist auch noch mit dabei, aber der ist schon an seinem Gefängnis dabei. Das war ein Reim, glaube ich sogar. Ja, stimmt. Schreibt es in die Kommentare, wenn es so war. Ich glaube es schon. Naja, auf jeden Fall. Wir sind leider keine solche Experten. Ja, auf jeden Fall werde ich es ja im Schnitt auch nochmal sehen, weil ich habe mir jetzt die Angewohnheit so gemacht, dass ich im Schnitt nochmal wirklich die ganze Folge durchschaue. Nicht, dass mir sowas wie bei Folge... Ja, wissen wir jetzt wieder nicht. Wir hatten in der letzten Folge oder in der vorletzten darüber gesprochen, dass ich da irgendwas mit den Folgentiteln verhauen habe. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Folge das war. Du hast ja immer die ungeraden. Und deine letzte Folge war 81. So, das heißt, bei mir müsste aber erst 82 kommen, aber ich habe schon 82 und 80 hochgeladen. Warte, ich schaue es noch. Das ist das komische. Das ist sehr komisch. In der Zwischenzeit habe ich hier auch schon was weitergebaut und zwar möchten wir jetzt die aus der Mitte noch einmal rübergeben. Also, meine letzte Folge ist 81. Hotel war 81. So, du hast auf deinem Kanal Busse fahren. Auch Folge 81. Und die wäre Folge 82 gewesen. Mhm. Genau, das hast du auch schon aktualisiert. Ja, aber dann kommt das doch nicht hin. Denn jetzt kommt bei mir am Freitag eine Folge. Beziehungsweise kam jetzt schon. Wir haben das wahrscheinlich auch alles schon geregelt. Denn das hier ist jetzt schon die Folge in zwei Wochen. Mhm. Fragt mich nicht, welche das ist. Aber wir werden es geregelt haben. Hoffentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das passt genau perfekt von beiden Seiten aus. Und das ist auch genau perfekt alles symmetrisch hier. Das ist super schön. Sowas finde ich ja bei solchen Reds und Designs cool. Gut, das ist jetzt hier nicht symmetrisch. Und das hier unten. Na doch, das passt alles. Also, es sieht echt cool aus. Gut, wir möchten jetzt hier den Springbodenarmustents eine Motion geben. So, wir wissen ja, dass hier Springboden eins und zwei sind. Denn wir haben das in der letzten Folge ja auch gefixt. Denn die waren ja unsymmetrisch. Und jetzt können wir mal schauen. Eins und zwei. Gut. Dann haben wir hier, würde ich sagen, links eins und zwei. Beziehungsweise wir machen das mal so. Das hier sind dann eins und zwei. Und dann sind das dann drei und vier. So, wir müssen jetzt nämlich mit einer Motion arbeiten. Das heißt, wir sagen hier erstmal auch noch Limit eins. Denn sonst funktioniert das nicht. Und wir geben erstmal nur eine Motion von hoch, würde ich sagen. Sonst fliegt das in eine komische Richtung. So. Und das Ganze soll an der Koordinate passieren, wenn der Amos-Dent hier ist. Das heißt, wir schauen jetzt hier rauf. Und bei Looking at, das ist die vierte letzte Zeile. Ne, dritte letzte Zeile da. Könnt ihr jetzt mal sehen. Das ist die 0,55, minus 92. Da schaue ich gerade rauf. Und einen Block darüber wollen wir dann dem Amos-Dent das geben. Das heißt, wir schreiben uns das mal auf. Als x ist gleich 0, y ist gleich 55 und z, nicht 7, z, so, ist gleich minus 92. Das ist, oh, nicht Punkt, minus 92, so, und nicht 29. Das ist die Koordinate. Ich habe die noch gar nicht gefragt, was du heute dein Schönes machst. Obwohl, ich habe es glaube ich selber gesagt, das Gefängnis, oder? Ja, ich mache Kameras, Alarm-System. So. Und wir sagen dann nämlich Data Merge Entity bei dem Amos-Dent, wenn er an folgenden Koordinaten ist. So, wir sagen einfach Typ Amos-Dent, Tag da, bei den Koordinaten, die habe ich mir jetzt eher so reingemacht. Oh, ich höre ein Ding, 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 ein Alarm. So, x ist gleich y, z, ach, und hier muss auch noch ein Komma, und dann brauchen wir noch eine Distance von 0.05, ne, 0.05, einfach so. Das hört sich auch interessant an. Interessante Sounds hier. So, und jetzt sollte, na gut, wir brauchen hier noch eine Verzögerung. Die würde ich sagen, packen wir hier rein, von, würde ich sagen, einfach mal zwei Repeatern so, und dann sind die auch noch voll, und dann haben wir drei ganze Repeater. Das heißt, das ist, na, wir brauchen glaube ich vier, beziehungsweise wir können ja einfach mal hier voll machen, dann ist das eine Sekunde, und die noch dazu. So, so, dann wird hier das Threads dann aktiviert, aktiviert auch den Command-Block und den Command-Block, und so sollte das dann funktionieren. Und jetzt schauen wir mal, funktioniert das so, wie ich es plane. Moment mal, das sind interessante Sounds, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich weiß nicht, warum der jetzt nicht kam. Ja, das ist ganz cool. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Videogames-Sound. Ja, Tetris oder so. Ja, stimmt. Warum fliegt von der Seite jetzt kein Amos-Stand aus? Ist hier noch ein Fehler drin, oder weil er nach unten fällt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum funktioniert denn nicht, obwohl bei den anderen ist das ja auch nicht so. Hm, Technik, die in der letzten Folge funktionierte, funktioniert hier jetzt nicht mehr. Oh ne. Wir kennen es doch alle. Warum wird der Amos-Stand nicht richtig gespawnt? Die richtigen Koordinaten hat er. Wir können es gerne nochmal so nehmen. Dann gerne nochmal hier einfügen. Wir machen aus. Warte mal. Das hier ist. Aha, Moment mal. Das hier ist SB1. Und hier haben wir SB2. So müssen wir natürlich ändern. Und das heißt, es muss eine negative Richtung hier sein. So, und die Höhe müsste ja gleich sein. Also müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Eigentlich. Ah, oder es ist, weil die Motion schon vorher gegeben wird. Ich glaube, das ist es. Die Motion wird zu früh gegeben. Das heißt, wir packen hier einfach nochmal ein paar Verzögerungen rein. Ich weiß jetzt nicht, was bei dem René O'Neill war, aber... Ich glaube, das war nicht allzu schlimm. Ob ich einfach mal... Ne, du hattest, oh ne, gesagt. Ich dachte nicht schon wieder irgendwas mit deinem PC. Ne, ne. So, dann haben wir hier eine zwei Sekundenverzögerung. Das sollte ja ausreichen, eigentlich. Denke ich mal. So. Das heißt, die Technik hat eben noch funktioniert. Nur war hier ein kleines Problem mit drin. Ne. Ne. Bin ich überfragt. Warum funktioniert das nicht? Liegt das an dem hier? Ne, kann ja nicht sein. Oder habe ich hier irgendwas drin? Ah, ich habe hier... Warum ist hier Kill in dem Command Block? Das soll so nicht sein. Hier soll eigentlich... Sollte eigentlich nichts drin stehen. Habe ich zufälligerweise hier auch irgendwas drin stehen? Ne. Hier steht nichts drin und hier steht nur der Motion Command drin. Okay, warum funktioniert das jetzt nicht? Ah, jetzt auf einmal geht's wieder. Okay, aber jetzt funktioniert das mit der Motion anscheinend noch nicht. Distance maximal 0.5 von dem Block. Das können wir gerne probieren. So. Nö, da passiert immer noch nichts. Oder wir haben es jetzt verpasst. Jetzt sagen wir nehmen einfach mal die raus. Dann haben wir eine halbe Sekunde. Das soll da ausreichen. Und dann schauen wir nochmal. Und ansonsten vergröße ich einfach den Blockradius. Ach, Moment mal. Ich glaube, ich habe 55 gemacht und nicht 56. Ha, das erklärt's. Ja, das wird's sein. Denn 0.5 ist ja die Mitte vom Block. Und ein halben Block in jede Richtung. Und damit der ganze Block, kann man so sagen. So, das heißt, wir machen nochmal einen Kill wieder mit allem. Und dann kommt mal angeflogen. Und dann springt er nicht nach oben. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns einfach mal den Command und sagen jetzt einfach das selber mal. Okay, das ist komisch. Tag SB1 ist ja aber richtig. Das müsste doch stimmen. Ich meine, wir töten ja auch immer SB1. SB1 kommt doch von hier, oder? Ah, SB1 kommt von hier. Oh, meine Stimme versagt gerade. Moment. So, jetzt ist die ein bisschen besser wieder. Okay. Wir haben jetzt hier das Problem, dass hier das Ganze nicht funktionieren möchte. Ja gut, jetzt habe ich es ja mal in den Chat geschrieben. Jetzt weißt du, was ich hier für einen Command vor mir habe. Aber ich weiß, warum er nicht funktioniert. Oh, da muss ich einfach die Distance erhöhen. Ah, ich muss die Distance erhöhen. 0.5 war also doch nicht richtig. Dann habe ich für den Müll gelabert. Das heißt, wir machen mal 0.5.5. Nee, geht auch nicht. 0.75. Ich möchte das sehr genau haben gerne. Ja, 0.75 machen wir einfach. Das ist prinzipiell egal, da sie ja landen. Und dann im gleichen Moment oder ein bisschen später möchte ich, dass sie zurückfliegen. So. Ja, das kann noch ein bisschen weniger Verzögerung sein. Das heißt, wir machen hier einfach einen normalen Repeater. Hier einen normalen Repeater. Und dann variieren wir das mit denen in der Mitte. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn die so da aufgebaut sind. Ja, das ist schon ganz gut. Das würde ich sagen. Lassen wir dann so. Das ist eine Sekunde. Das heißt, da ist ein bisschen Spielraum mit drin. Wir möchten ihn ja aber nicht so fliegen haben. Wir möchten, dass er in die Mitte kommt und dann aber auch direkt wieder zurückfliegt zu dem, wo er herkommt. Das heißt, wir nehmen die Koordinate hier und turnen die einfach, das ist ja auch ein nettes Wort, negativ. Das heißt, wir nehmen uns die hier, packen die einmal hier vorne mit rein. So. Und dann sagen wir einfach, alles negativ. Außer natürlich die Höhe. Allerdings müsste die vielleicht auch nochmal bearbeitet werden, da er jetzt ja höher steht und vorhin tiefer gestartet ist. Und wenn es jetzt einfach so funktioniert, dann freue ich mich. Nee, das hat nicht funktioniert. Der ist hier in der Grube gelandet. Das heißt, er braucht auf jeden Fall mehr Motion beim Rückweg. Weil er ja höher ist und auch dadurch einen weiteren Flugweg hat. Das heißt, wir ändern das Ganze hier mal. Und das ist jetzt tatsächlich einfach nur ein bisschen probieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit 1,104 sowie 1,104 und einer Höhe von einfach mal 7, dass er ein bisschen flacher fliegt und nicht so einen Spitzenbogen macht wie am Start. Da machen die ja alle so einen recht, na gut, spitze Sau nicht unbedingt. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt musste ich eigentlich nur ein bisschen die Motion davon noch anpassen. Ich weiß nicht, warum ich immer den Chat öffne. Machen wir einfach mal ein 3 draus und eine 3 draus. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da kommen sie geflogen. Dann ist eine kleine Pause. Und dann fliegt er schon fast richtig zurück. Ja gut, jetzt ist er da unten im Wasser. Deswegen sind die Partikel nicht richtig. Naja, nochmal wollte ich es jetzt nicht anschauen, wie schlecht das ist. So, ich würde sagen, dann ist das hier 4. Und 4, das heißt, wir geben eigentlich nur 0,5 an Blöcken mehr. Das könnte sogar eigentlich perfekt passen. Ah, er ist fast da. Und ich würde sagen, wenn wir ihn haben, dann darf der René nochmal herkommen und sich das Ganze anschauen. Schau es mir gleich an. Oder vielleicht zu mir herkommen. Ja, ich komme gleich zu dir. Und dann können wir am Ende nochmal anschauen, was ich denn geschafft habe. Ah, der fliegt noch ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt mal mit F3 und N schauen. Ja gut, da ist immer noch ein Bug. Das müssen wir mal beheben. Auf jeden Fall ist der Amos denn jetzt zu weit. Das heißt, wir machen hier wieder ein 4er draus. Und dann packen wir aber 50 dazu. Und dann gebe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Höhe. Und zwar 0,8 statt 0,9. So, dann kommen sie geflogen. Dann fliegen sie zurück. Und dann ist er immer noch zu weit geflogen. Das heißt, vielleicht ist die... Ah, die 0,7 möchte ich sogar behalten. Das sah gut aus. Aber die 0,5 nehmen wir hier raus. Machen sie zu einer 0. Und vielleicht zu einer 2 dann. Das könnte schon eher passen. Oder war die 4 nicht auch schon zu weit? Das müssen wir jetzt einmal überprüfen. So, dann fliegt er in einem flacheren Bogen zurück. Und das sieht für mich schon fast mittig aus. Ich gehe einfach mal jetzt hier oben auf den drauf. Drückt einmal F3, N. Ja, das könnte schon fast passen. Was wir machen können, ist, wir machen den jetzt mal sichtbar. Denn der hat hier auch noch ein Invisible 1 dran. Das können wir einfach zu einer 0 setzen. Und das sagt dann, dass der Amos denn sichtbar ist. Das heißt, wir sehen auch mal, was hier überhaupt abgeht. Der Amos denn landet. Er wird wieder zurückgeschleudert und landet, glaube ich, perfekt in der Mitte, würde ich sagen. Ja, da kann man nicht meckern, glaube ich. Gut, der landet da. Ja, recht mittig ist das. Das können wir jetzt nicht ganz genau prüfen. Außer wir machen einmal kurz die Partikel aus. Aber ich denke eigentlich, dass das schon recht gut passen sollte. So, ja, das ist mittig. Ich glaube, besser kann man es nicht hinbekommen. So vom Augenmaß her. Als Spieler wird man es nachher eh nicht sehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum René. Und ich mache die Partikel wieder an und töte den schon mal. So, ab zum René. Was hat der denn Schönes gemacht? Oh, da sehe ich ein bisschen Redstone-Technik mit drin. Aber ich weiß ja auch, es gibt schon eine Alarm-Technik. Wir haben hier schon ein paar Tower-Überwachungskameras, die wir später noch programmieren können. Und was gibt es zu sehen? Bing, 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 ein Alarm. Weil eine Tür offen steht? Nee, einfach, weil ich gerade den Kommand ausgeführt habe. Achso. Ja, das wäre cool, irgendwie, wenn eine Tür bei einer Zelle offen steht, dass man das dann erkennt. Wenn der Spieler hier, der kommt auch an der Eingang hin, so. Ja. Dass, wenn ihr hier im Gefängnis sagt, bekommt ihr einen Tag. Und sobald dieser Tag hier am Ausgang erkannt wird, soll der Alarm losgehen. Ja, das geht auch. Dann hat die hier es geplant. Ja, ich glaube, die Türen haben an sich auch keinen Alarm, beziehungsweise haben schon einen Alarm. Ja, die sollen ja auch offen stehen, tagsüber, dass die was tun können. Deswegen. Nee, finde ich echt ganz cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Spawn, der sich ja bei 0-100-0 befindet. Ich könnte auch den Kompass nutzen, aber ich nehme hier 0-100-0. Ich weiß nicht, mich triggert es immer noch, dass das mitten in einem Haus ist, aber es ist auch ein kleiner Insider dadurch. So, sieht von oben schon richtig cool aus, muss ich einmal sagen. Ui, das ist klar. So, und jetzt darfst du mal hier vorne bei dem Stein den Button drücken. Und dann schaust du mal am besten hier rechts zu dem, der hier gleich kommt. Ui, ui. 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 Das ist auch cool. Ja. Das ist auch cool.